willkommen zurück bei den zuschauer 212 und ja wir sind immer noch in diesem hier unterwegs können uns aber jetzt endlich die erfahrung hier holen und dann können wir mal weiter hier ist auf jeden fall schon mal gibt es was hinter diesem drehrad schickes nein da oben ist auf jeden fall wieder ein ort an dem wir eine kiste aufschließen könnten komm schon komm schon dreh dich nicht so sehr genau komm ich bin hier mit der blöden kiste ich hasse physik ich glaube das vielleicht so nein es ist wirklich die kiste aus der reichweite warum zuhörig kann ich die kiste nicht mitnehmen so ich bin nur an dieser erfahrung dran also schwing dich gefälligst in die richtung zu jetzt will ich hier hoch ja will ich und wir sind draußen und wieder ein netten ab nur dass ich mit zwei punkten nicht besonders viel tausgehen lässt was zur hölle jetzt kommt die koppelsbitte patze was zur hölle seid ihr irre geworden sogar mit kanonenkugeln werde ich hier befeuert weg weg mit den blöden pass weg mit dem blöden pass weg mit dem blöden pass So, ich gucke mal auf dich rein Wie dir das gefällt So, und jetzt stört Äh Prächster Schritt wäre gerne Ich würde gerne auf diesen Balkon da Aber nicht so Und rüber Das ist doch tof Äh, hopp Nein, das war in die Stacheln Und nicht auf den Balkon kommen Dann machen wir den Turm eben noch eins höher Bleibst du da? Bäh Was sollte das jetzt? Also ganz ehrlich Auf den Balkon da zu kommen Das ist jetzt ein Witz, oder? Wir können das da oben festhalten Nein Hallo, ich will mich da oben irgendwo festhalten Na gut, dann bauen wir den Turm wieder her Dass wir da oben noch was sehen können Oder auch nicht Weil der in sich zusammenbricht Blöder Turm Ich habe es doch geschafft Mich vorhin da irgendwo festzuhalten Na gut, dann schwinge ich mich halt nochmal von hier aus Ah, da vorne Komm schon Ich will da hoch Ich will an die Erfahrung rankommen Herr jemini Und jetzt will mich die Kamera trollen Das gibt es doch nicht Hi Kamera Danke Wollte ich aus? Treffe ich das nicht Was soll das? Okay, letzter Versuch Naja Ist mir jetzt auch egal Was macht der hier hoch? Der macht das eine hoch Und du machst das andere sicher hoch Ja Nein Hm Ich hasse solche Zeitschleifen So Hoch Ich bin hoch Verdammt So Das da weg Und jetzt bin ich hier hoch So Ich bin hoch Und jetzt bin ich hier hoch Nääääh. Irgendwas mach ich falsch. Ich weiß schon, was ich falsch mache. Das ist schon mal besser, aber auch nicht wirklich gut, weil ich kann von hier aus nicht richtig feuern. Nein! Komm schon. Jetzt aber, hopp, hopp, geschafft! Ähm, nein, ich wieder hoch. Hä? Was werde ich hier machen? Ach so, Feuer löschen. Mal wieder. Und hier kann ich nichts machen, hä? Nur an dem Rad hier drehen, das bringt mir gar nichts. Das kann ich nicht anheben. Warum zur Hölle kann ich das hier nicht anheben? Hm. Okay, langsam habe ich das Gefühl, dieses Add-on will mich nur ärgern. Das war mit allem, was es tut. Das bringt alles nichts. Und da können wir nicht einfach zufrieden, aber können wir nicht, nein. So, so komme ich aber wenigstens an die Erfahrung hier oben ran. Aber wenn ich nicht an die hier unten ran komme. Wo ist der Stein jetzt, den ich gerade versenkt habe? Da ist der Stein, den ich gerade versenkt habe. Ja, halt das so. So geht das, glaube ich. Reicht das zum löschen? Ja, das reicht zum löschen. Jetzt sind mir langsam die Erfahrungsdinger egal. So, ich will nur hier weiterkommen. Ah. Willst du mich veralbern? Das ist gefährlich, was du da treibst. So. Rätsel schön und gut, aber nicht so was kackt übertriebenes, ey. Ja, kommt her. Ich höre jetzt ein bisschen verleuchtet aus. Genau so nämlich. So. Ja, scheiße. Ich zeig euch mal, was Zorn ist. Bebel benutzen. So. Bebel benutzen. Uff, voller Wurf. Jetzt müssen wir irgendwie da hochkommen. So. Hallo Menschen. Ne ganz tolle Komplen-Invasion, hä? Ja. Zurück gehen die Sünfe mit euch. Gelagerungsturm. Gelagerungsturm. Oh Gott, das ist wieder so einer. Ja. So. Explosierende Bomben dabei sind auch gemein. Sehr schön Äh, ja, im Hintergrund sind noch mehr von denen, hä? So Weg mit dem Turm So, das Fass haben wir schon mal angezündet und das probiert jetzt nicht Sprech uns so schnell Der Lindwurm wird sich um euch kümmern Ich wünsche einen guten Flug Oh, jetzt begreife ich Du inszenierst das hier nur, damit ich nicht länger böse mit dir bin, hä? Und denkt dran, kommt nicht zurück Sonst ist die Frau dran Ach, die Kacke Gute Reise, wohin auch immer Und bring endlich das Weib zum Schweigen Der Gommel ist ja mal cool Vom Kobold Wees überlistet Wart das Trio von einem schrecklichen Lindwurm in ferne Lande geflogen Wohin bringen sie sie? Die Kobolde hatten gedroht, Margaret etwas anzutun, kehrten die Helden zurück Feiglinge, alles Feiglinge Eine unschuldige Frau zu entführen Naja, eine Frau Eine düstere Wendung in der Geschichte der Helden Ja, super Gucken wir mal kurz, wo wir abgesetzt werden In der Wüste Der Lindwurm flog davon Und ließ die Helden in einer staubigen Einöde zurück Widerwärtige Wilde Wir müssen Margaret und die Drillinge finden Die Kinder hat niemand erwähnt Sie sind bestimmt in Sicherheit Was für eine schreckliche Hitze Ich koche in meiner Rüstung Ja, dieses sehr schick aussehende Wüstenlevel gucken wir uns aber erst beim nächsten Mal an Das war's erstmal für die ersten paar Folgen Bis dann Das war's erstmal für die erste Halten Bis dann Bis dann Bis dann Bis dann Bis dann